Also mal im Ernst Leute, ich bin der Meinung, dass Leute so ab, sagen wir mal 50, nicht den Führerschein nochmal neu machen müssen, sondern aber so eine kleine Rundfahrt mit dem Fahrlehrer, um zu zeigen, dass sie es noch können. Ich habe eben was erlebt, sowas von witzig, aber auch gefährlich. Ich stehe an der Ampel mit meinem Auto, rechts neben mir eine Frau mit einem Polo, circa Mitte 50 gewesen oder so. So, Ampel ist rot. Neben ihr, die dritte Spur rechts, war ein Rechtsabbieger, der hatte grün und die fährt einfach los geradeaus. Ich denke mal, hä? Ampel war rot, die fährt trotzdem los, war ihr voll egal. So, dann bin ich irgendwann hinterher, als sie auch grün hatte, folgendes dann, dann blieb sie irgendwie stehen, weil LKW vor ihr. Ja, da habe ich die Gelegenheit genutzt, bin links an sie ran, habe gehupt und habe mal gesagt, sie soll jetzt... Und habe mir dann zu verstehen gegeben, machen Sie mal ihr Fenster runter und sie immer... Sie hat ihr Fenster nicht runter bekommen. Ja, fett, über rot, kriegt ihr Fenster nicht auf. Was ist da los? Und solche Leute sind dann hier im Straßenverkehr, fahren über rot, kriegen ja Fenster nicht rauf. Es wundert mich, dass ich es überhaupt irgendwie ins Auto geschafft habe und das Auto anbekommen habe. Ja, das war jetzt so vor dem Training, was ich nochmal hier schön erleben durfte. Hallo Freunde, was geht? Hier ist Rob Röckschwein. Freunde, die Istanbul-Reise ist zu Ende. Ich bin wieder in Deutschland und Fitness kann wieder starten. Sixpack wird kommen, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ich achte übelst auf meine Ernährung. Ich habe auch ein bisschen abgenommen. Und jetzt kommt's. Ich habe von Neosabs was richtig Leckeres bestellt und zwar Riegeln, Proteinriegel mit Tiramisu-Geschmack. Oh mein Gott, die sind so lecker. Und natürlich hier Whey-Protein. Was haben wir für einen Geschmack? Wir haben Himbeere mit Kokosnuss. Also wird sich auf jeden Fall gegönnt, Freunde. Nach dem Training, vor dem Training, egal wie Eskalation ist am Start, gönnt euch auch Neosabs. Liebe Grüße an Flying Uwe und an das Neosabs-Team. Peace. So, alles sehr improvisiert und jetzt zeige ich euch mal eine richtig geile Optik. So spiele ich jetzt Forza 4. Das mit dem Schalten, Leute. Ich habe die Schaltung so eingestellt, dass sie natürlich kuppeln muss, damit man so die komplette Action auch im Game dann sieht. Dann, das habe ich schon erst gar nicht bestellt gehabt. Was haben wir hier? Whey-Protein mit schon Honig. Läuft. Ich freue mich. Da ist er, der Uwe. Leute, wenn ihr ein Video sehen wollt mit Leib und Seele, wie jemand so richtig drin ist, ja, mit vollem Körpereinsatz, dann seid ihr hier genau richtig. Swiped ab und viel Spaß mit dem Video. Das war so heftig geil. Ich schwöre es euch, Leute. Hey! Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020